Musik Musik Ich begrüße alle Gäste und Uchterböe recht herzlich auf unserem Festzelt zur Markeröffnung 2022. Nach zwei Jahren Zwangspause können wir unseren Herzmarkt wieder in gewohnter Weise ausrichten. Musik Musik Ich darf den Bauer Heinrich Schulte Brömmelkamp hier in Ochte begrüßen. Er kennt sich ja schon sehr gut in der Samtgemeinde aus. Er war letztes Wochenende auf dem Herbstmarkt in Nabelsloch. Moin Heinrich. Ruhm ein Bier. Zeig dir jetzt ein Haul. Zeig dir, soll ich dir jetzt ein Bier holen? Bier gerne, aber alkoholfrei. Wenn du so ein Auto fährst, wie ich hast, in der Polizeikontrolle genug Ausreden zu suchen. Der Herr von Barreboi, ich habe ihn gerade schon kennengelernt. Wo ist er? Wo ist er? Barreboi? Dein Herz erfreut? Ist er da? Was? Da, da, da. Ach so, ja, ja. Ihr habt auch Alkoholfreies, ne? Ja, das ist ja, wenn du so ein Auto fährst. Letztes Mal, als ich hier raus bin, vor drei, vor drei Jahren war ich das letzte Mal hier, ne? Kurze Frage, warum habt ihr mich die letzten beiden Jahre nicht eingeladen? Also, ich hätte Zeit gehabt, also, das ist ja, ja. Musik 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 Musik